Also, das werde ich auf jeden Fall in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen, was gestern passiert ist. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Community Time. Heute am Samstag und ich bedanke mich nochmal für das geile Feedback auf der letzten Community Time Folge. Hat mich richtig gefreut. Fangen wir erstmal an mit dem ersten Kommentar von Momo Vlog. Wie heißt dein Schnittprogramm? Mein Schnittprogramm ist Adobe Premiere Pro und ja, das ist ein ganz cooles Programm. Ganz cool, kann man ganz cool mitschneiden. Der liebe TheMaze schreibt, hab dich gerade zufällig durch das Nebelnice-Video kennengelernt. Muss sagen, du bist echt sympathisch und machst qualitativ hochwertige Videos. Und das mit 13, Respekt. Okay, ich bin selber 14. Läuft bei dir. Danke auf jeden Fall für das Kompliment. Cool, dass du mich durch das Nebelnice-Video kennengelernt hast. Freut mich auf jeden Fall. Ja, nice. Der liebe EPZocker schreibt, seit wann machst du YouTube? Hashtag Community Time. Ich mach YouTube seit ungefähr einem Jahr. Mein Kanal gibt's aber schon länger, weil ich den einfach mir früher einfach mal gemacht hab, um halt irgendwo zu kommentieren und einfach so Videos zu gucken. Der liebe Daymox schreibt, hey, ich bin neu, hab dich gleich am Anfang voll sympathisch gefunden. Ne Homo, mein Abo hast du. Das Beste ist immer noch, dass ich auch Moritz heiße. Läuft auf jeden Fall bei dir. Cool, dass du mich auch neu kennengelernt hast. Willkommen auf jeden Fall. Der liebe Bloodberry schreibt, ja, ich möchte gerne sehen, wie du dein Video schneidest. Ja, das hab ich auch geplant. Und ja, das wird auch wahrscheinlich bald kommen. Der liebe Aaron Air schreibt, äh, ich wollte gerade fragen, ob du das warst, mein Nebelnice. Die Frage ist geklärt, ja. Der liebe GoWipeHD schreibt, würde mich sehr freuen, äh, oder einfach mal zusammen zocken, würde schon reichen. Jo, schaut mir einfach gerne nach, äh, mir macht das überhaupt nichts aus. Also ihr könnt mir gerne auf Gommel nachschauen, wenn ihr seht, oh, der spielt grad zu Vibegames. Hashtag Friendjump, hey Moritz, und dann seid ihr in meiner Runde drin. Der liebe Nico Justin schreibt, erstes Video, was ich von dir anschaue. Nice. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass so viele coole Leute auf jeden Fall auf meinen Kanal gekommen sind. Ähm, ja, nice. Der liebe Max Teckmeyer schreibt, spielst du FIFA? Da muss ich sagen, nein, ich spiel kein FIFA. Ich bin auch allgemein nicht so der Fußballfan. Ja, ich hab das mal gezockt, aber, also es bockt jetzt nicht so extrem. Äh, so mal so mit Kumpel zocken, natürlich gerne, aber halt jetzt nicht unbedingt als, äh, Lieblingsspiel. Nee. Der liebe Zoriax schreibt, hey Moritz, kennst du mich von, äh, auch noch aus dem Stream? Hätte auf jeden Fall mal Lust bei PvP vs. You dabei zu sein. Schreib einfach einen Kommentar unter PvP vs. You und ich picke mich dann, äh, picke dann einen da raus. Und wenn du Glück hast, bist du ja mit dabei. So Leute, jetzt nochmal eben kurz was, äh, am Rande. Und zwar war der Stream gestern extrem krass. Also, das werde ich, glaube ich, nie mehr vergessen in meinem ganzen Leben. Also, das war extrem Hammer. Wow. Also, das werde ich auf jeden Fall in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen, was gestern passiert ist. Es waren so viele korrekte Leute dabei. Es waren so viele, also, wir haben unseren Zuschauerrekord geknackt. Wir hatten einfach so eine richtig coole Community da am Start. War richtig geil gestern. Und, ähm, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Da möchte ich auf jeden Fall noch ein Danke an euch, äh, aussprechen, dass ihr mir sowas Cooles hier ermöglicht. Dass ihr uns alles hier sowas Cooles ermöglicht. Richtig, richtig gechillt. Und, ähm, ja, richtig geil. Außerdem, äh, werde ich wahrscheinlich heute noch streamen. Wenn ich es schaffe, um 23.15 Uhr, äh, wenn ihr das Video seht, einfach mal vorbeischauen. Äh, zur Not, es wird vielleicht ein bisschen später kommen, weil ihr wisst, Community Time braucht lange zu schneiden. Und, wenn dir das gefallen hat, lass doch gerne eine positive Bewertung da. Und, wenn nicht, schreib doch gerne konstruktive Kritik in den Kommentaren. Und, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Und, ciao.